Angesichts der weiteren Zusammenziehung russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine hat sich die deutsche Bundeskanzlerin besorgt gezeigt. Im Osten des Landes stehen sich ukrainische Regierungstruppen und prorussische Separatisten gegenüber. Angela Merkel sprach während der digital abgehaltenen Sitzung des Europarates am Dienstag. Dabei verteidigte sie das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 und damit die andauernde Zusammenarbeit der Bundesregierung mit Moskau. Wir haben mit Russland sehr viele Konflikte, die leider unser Verhältnis natürlich auch schwierig machen. Ich bin trotzdem immer jemand, der sagt, wir müssen miteinander reden. Unterdessen hat der US-Botschafter in Russland angekündigt, für Gespräche mit Präsident Joe Biden in die USA zu reisen. Der Kreml hatte ihm eine Rückkehr in die USA nahegelegt, angesichts der geltenden Handelssanktionen der Vereinigten Staaten gegen Russland. Wladimir Putins Sprecher Dmitry Peskov sagte, die Beziehungen zwischen den beiden Ländern befänden sich auf einem Tiefpunkt. Die USA hatten den Umgang mit dem inhaftierten Kreml-Kritiker Alexej Nawalny scharf kritisiert. Er hält seinen Hungerstreik weiter aufrecht. Ärzten seines Vertrauens war am Dienstag erneut der Zugang zu Nawalny verweigert worden. Die russische Regierung verbat sich jeder Einmischung Europas und der USA. Die Sorge um Nawalny sei unbegründet.